Hallihallo Leute und herzlich Willkommen zum letzten Video auf unserem Kanal TheMindPlayer Wir haben uns einen neuen Kanal erstellt und der lautet Weimarer Youngstars wie man hier schon sehen kann Wir haben bis jetzt 13 Abonnenten für euch die Videoaufgabe, was noch relativ spannend ist Was haben wir gerade so für Projekte, werde ich euch mal ein bisschen zeigen Wir laden gerade FIFA, wir haben ein FIFA-Turnier zu Pott Der Kanal besteht aus 4 Leuten Walli, Robi, Max, also ich und Nicka Und wir haben also ein FIFA-Turnier gemacht Sky-Flug ist aktuell, ab und zu Mangelgames, zwei Intros, D3C Ja, wir haben noch eine Enter-Tracken-Wave und die wird auch was Ende sein Das war's, was wir zur Zeit so für Aktivitäten haben Und das Informationsvideo mache ich eigentlich nur mit Ihr euch nicht wundert, warum nichts mehr kommt Und dass ihr jetzt alle auf den Kanal umschaltet Und warum das so ist, das liegt daran, weil erstens Niklas Niklas, der andere Niki von Robi, ein Freund, der macht jetzt nicht mal auf die MyPlayer-Channel mit Dafür macht jetzt Nikke der andere Kleine mit Und wir haben noch einen zweiten Kanal, da macht Patrick noch mit Das ist Paddelzockt, nennt der sich Werde ich euch auch noch kurz zeigen Und uns haben halt grundlegende Dinge von unserem Kanal nicht gefallen Aber jetzt haben wir zum Beispiel einen Hintergrund, wie man hier sehen kann Und wir hatten einfach Bock auf einen anderen Namen Wir wollten nochmal komplett neu anfangen und das Ganze anders machen Das ist Patrick, sein Kanal Hat auch ein geiles Hintergrund Er lädt mit mir Skyblock hoch und Survival Games auf und zu machen Ja Leute, das war's auch schon zu diesen Videos Ich werde natürlich beide Kanäle verlinken Und wir hoffen, dass die Abonnenten, die wir jetzt haben Natürlich auch wieder auf den anderen beiden Kanälen zustande kommen Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen Und schaltet auf unser Kanal wieder ein Und tschüss, bis zum nächsten Video auf unseren beiden neuen Kanal